So ist los, wir jetzt nicht nach Stunden bezahlen. So ist los, wir jetzt nicht nachdenken. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Das war's für heute. Nicht gut, der ging nicht durch. Schießen wir mit Wackebällchen? Schießen wir mit Wackebällchen? Schießen wir mit Wackebällchen. Sie sind in Wackebä Jammer. Schießen wir mit Wackebäern. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir haben die Grenze umgeschlagen! 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 Das hat ein großes Loch hinterlassen! Der ist sauber durchgegangen. Das hat ein großes Loch hinterlassen. Und tschüss! Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Panzerung. Wir haben einen Verbündeten verloren. Das hat ein großes Loch hinterlassen. Unsere Kette wurde getroffen. Wir haben die Grenzerung durchschlagen. Wir haben die Grenzerung durchgegangen. 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 Auf diese Stelle konzentrieren! Sie sind sauber durchgegangen! Einer weniger! Wir haben die Kürze aufgeschlagen! Er ist Geschichte! Diesen Bereich fokussieren! Er ist sauber durchgegangen! Das wird ein großes Loch hinterlassen! Gegner schrubbreißen! Auf diese Stelle konzentrieren! Angelegenheiten des Schachtkommens und auf diesen Produkten auf dieses Schachtkommens und auf diesen Schachtkommens zu lösen. Das ist Richard von Superman. Es ist ein Angelegenheiten auf das Schachtkommens und das ist eine Art Schachtkommens Jeden König, das ist ein Wettbewerb der Tatsache. Nicht gut. Er ging nicht durch. Er ist sauber durchgegangen. Die haben jetzt ein dickes Loch in ihrer Pazen rum. Das ist ein dickes Loch. Das ist ein dickes Loch. Diesen Bereich fokussiert. Die Waffe von 1,5 km und 3 km und 3 km. Wir haben die Grenze rumgeschlagen. Schießen wir mit Warte, Bacon? Wir haben sie kaum angekratzt. Sie ist zauber durchgegangen. Entschüss! Sie sind mit Warte. Spannende Musik Nicht gut, der ging nicht durch. Wir haben die Grenzerungen durchschlagen. Wer ist Geschichte? Bester Job überhaupt! Untertitelung des ZDF, 2020